wir wollen hier einfach mal zeigen was in der alpha 93 steckt und ich bin hier am rhein ich habe ein fernauslöser und ich habe einen aufsteck blitz in godox übrigens der fünfte aus unserem test hat eine syntheim von 180 das können wir gleich noch mal erklären und zwar ich mache etwas völlig völlig verrücktes ich mache den blitz und setze ihn ein gegen die sonne so das ist hier auf selbstauslöser so viel ich weiß müsste sein genau und ich glaube man hört es ich gehe mit mikrofon ganz nah ran und ich habe eine 1,20 m softbox dabei und wir werden hier nicht nur mit dem aufsteck blitz gegen die sonne mit einer alpha 93 machen sondern wir werden kurz mal ein selfie machen ohne hilfe perfekt eingestellt oli du kannst leider nicht dran mit den mit der kamera das heißt die werte zeigen die wirst du nicht sehen aber wir werden ja nachher vielleicht das einblenden können und man muss mir einfach auch mal glauben dass ich jetzt hier gerade wirklich alles sozusagen live mache ich habe nur ein aufsteck blitz keine andere keine andere lichtquelle und ich hoffe dass kein windstoß kommt weil das würde ohne gegengewicht nicht gut funktionieren wir machen folgendes und zwar ich würde jetzt gerne ein bisschen höher fahren aber ich lasse mal hier nehmen wir den fernauslöser machen wir mal ganz kurz stell dich mal du kurz da wir machen eine testaufnahme damit ich ungefähr weiß bis nach da bisschen näher ran kannst du noch gehen stopp stopp das war zu viel ein bisschen weiter weg so 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 er löst aus na hat er geblitzt hat geblitzt was sieht so geil aus oli es ist ein fucking aufsteck blitz moment ich mache jetzt auch ein bild wir sind bei ein 32 tausendstel oli in 32 tausendstel bei blende 28 gegen die sonne wahnsinn wahnsinn ich muss noch mal den horizont gerade machen so ok ich stelle mich noch mal kurz hin fernauslöser wo ist er denn hin hier und ich muss ein bisschen so ein bisschen mehr gegen die sonne ja zwei meter abstand ungefähr also richtig abstander bisschen zu hoch ziel das noch runter ich glaube man kann es nicht hier in der prallen sonne sehen aber es einfach mal krass belichtet und was du was guck mal vielleicht sieht man es hier ich bin noch auf halber leistung ich weiß nicht ob du siehst sieht man es ne so da kannst du glaube ich nicht nach der grenze ran aber 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 es ist halbe leistung es ist halbe leistung es ist halbe leistung olli geh noch mal kurz hin ich mach auch noch mal ein bild für dich ey es ist ja ok moment bein wechsel oli ja ok guck trotzdem ins licht ja perfekt ok mit dem aufsteck blitz gegen die sonne ich weiß nicht ob man das sieht ich jetzt mal auf dem 51 auf 64.000 kommen wir machen keine halben sachen oli ein letztes mal mal sehen wie das rauskommt ey das sieht man das von der seite dass das also dass ich zwei meter dass ich zwei meter weg bin wir machen gerade ein ganz großes video warum das funktionieren kann und wieso wieso und es gibt eine erklärung ich will es vielleicht auch kurz vorweg nehmen der verlust ja ok das hat ein bisschen viel weggenommen 64.000 würde ich nicht mal ein 32.000 ja dass das körper machen der verlust an hss im vergleich zu verlust bei global shutter ist einfach ein ganz geiler deal also da kann man man verliert weniger beim einen als beim anderen man verliert bei beiden ist aber irrelevant ist irrelevant weil man bei global shutter sehr viel weniger verliert ich bin model so ciao